Und da sind wir auch wieder zu einer neuen Episode XCOM Interceptor mit Wehofener. Ja, hier ist zum Schluss der Frachter abhandengekommen in der letzten Episode. Ja, genau. Da habe ich mir einen kleinen Joke erlaubt, als da die Meldung kam. Signal verloren. Und dann habe ich einfach abrupt die Episode so beendet. Ja, so bin ich ab und zu mal. Ja, ist doch langweilig, wenn man alles nach dem selben Schema machen würde. Was ist hier? Ich will gucken aber, ob wir bis hierhin kommen. Also bis dahin können wir Weller. Hier muss noch irgendwo ein schwarzes Loch sein. Ich weiß nur nicht wo. Was erforschen wir eigentlich noch so? Alien Antriebskomponente, Doppelgängerrakete, da wird nichts runtergeladen. Ich glaube, wir nähern uns langsam dem Ende des Spiels, so wie es aussieht. Ich bin mir da aber nicht so sicher, meine lieben Leutchens. So, ich muss eben nur was machen. Wo ist Pictor? Deutsch. Pictor. Wo ist Pictor? Castor. Äh, bin ich bekloppt? Wir haben mal Hydra, Capella. Wo ist Pictor? Correctis. Diabolo. Castor. Ist das mir zu ruhig hier? Wir schicken mal hierhin nur ein paar Abfangjäger. New Hope sollte noch bis dahin kommen, jetzt mit den Neuen. Popsom-Einsatz. Sonde. Wichtige Nachricht. Hyperwind-Anomalie. Okay. Okay. Popsom-Sonde. Verlieben. Das war jetzt nur geraten, mit dem Frachter. Auf dem Blinder-Wehofen, da findet man Korn. Und dieses Headset richt mich auf. Das ist mir jetzt runtergefallen, letztens. Es wird Zeit, dass die Regen jetzt kapieren, wer ihr anschaut. Das sag ich dir, mein Freund. Alle mal auf die Spectre. Bin an ihm dran. Auf geht's. Komm mal her, mein Kleiner. Du kriegst jetzt etwas Farbenkanonen-Futter. Der ist hinüber. Aber ich nehme mir über den Schlepper, der teilt nicht so kräftig aus. Ich aber auch. Hahaha. Gib mir sie Frachter. Wo ist sie Frachter? The Freighter. Alles auf die Schilde. Kann ja nicht schaden. Das ist ein Reflexion, um mir mal zu feuern. Das sag ich dir. Warum fliegt er so langsam vor eine Pulle hier? Drei Kilometer sollten reichen. Alles klar. Laut Musik können wir wieder abhauen. Aber immer noch. Ab nach Hause. Nein, eigentlich noch nicht. Ich wollte nur die Gegend hier erkunden. Mir gefällt es in dem Sektor. Jawohl. Und der Dragon 5 ist zum Fregattenkapitän befördert worden. Meinen herzlichen Glückwunsch. Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch. Aber ich wollte was anderes gucken. Gucken, 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 gucken. Ja. Ich wollte mal ein bisschen... Ein bisschen hier spicken. Ja, ist klar. Da ist das schwarze Loch. Eins. Also ich weiß aus dem letzten Spiel, es gibt mindestens zwei. War das zweite jetzt hier in der Ecke, oder war das hier oben? Und eins von beiden ist der Eingang zum Alien-Universum. Könnte auch sein, dass es das schon ist, weil wir haben gesehen, dass die Frachter hier durch sind. Aber wie gesagt, normalerweise werden die schwarzen Löcher jetzt freigeschaltet, wenn man noch was erforscht. Ich glaube noch eine Nachricht erforscht. Ich weiß es nicht so genau. Ich erinnere mich noch an eine Animation, an einem Film, eine Einweisung, in der gesagt worden ist, wo wir das Eingangsloch vermuten. Das kann jetzt nicht sein. Das ist noch nicht freigeschaltet worden. Okay, oh, fliegt vor sich. Wieder Hyper-Wild-Anomalie. Die fliegen zum... Wohin fliegt der? Archer-System, oder was? New Hope, bitte. New Hope hat aber nichts. Ähm, Alien-Killer. Alles klar, Starbase-1 hat jetzt bessere Sensoren. So, wie ihr seht... Hui. Wir können jetzt sogar noch den Sensor-Bereich von anderen beiden Basen umfassen. Jetzt fliegen die aus der Richtung. Irgendwo muss hier noch ein Stützpunkt sein. Ein Außenposten. Den wir noch nicht... Den wir noch nicht erfasst haben. Zurück zum Mutterchef, Schwein. Aber klar doch. Ich mach'n Schlepper. Klasse Schuss. Wollte ich doch gesagt haben. Alles klar, die Drohnen sind da? Alles auf die Schilde, wie immer? Mein Herzblatt. Ich werd' das schweinig los! Der ist echt überall. Eins über die Rübe, mein Herzblatt. Auffall ausgeführt. Hallo, hab ich keine Schilde mehr? Ausflüge und zum Stützpunkt zurückkehren. Oder hab ich die falsche Taste erwischt? Das könnte auch sein. Alles klar. Wir fliegen zurück. Hast gewonnen, Deathspot. Alles klar. Ich hab' die Schildkussion. Und jetzt, wir müssen die Schildkussion. Ich würde mich nicht wundern. Würde ich mich echt nicht. Wenn die irgendwo noch was am Laufen haben. Ich schicke auch hier noch was hin. Alien-Sonde? Die machen genau das, was wir auch machen wollen. Wieder ein Hyperwellendings gefunden. Aha. Hyperwellendings. Eine Hyperwellendstörung. Hyperwellendings. Das muss ich mir patentieren lassen. Und wieder. Und noch einer. Alles klar. Mittelgeschwader. Wartet mal eben. Starbase One. Alles. In die Avenger. Mittel. Das könnte vielleicht ein Spectrum Shade sein. Die wollen bestimmt eine Basis von uns angreifen. Ich vermute es mal. Jawohl. Sie sind auf Vernichtung aus. Alien-Flot angreifen. Jawohl. Jawohl. Das müsste jetzt der Konvoi sein. Gehe ich jetzt mal stark davon aus. Ja. Also sie wollen das Doomsday-Projekt jetzt ganz schön vorantreiben. Es wird Zeit, dass die Aliens kapieren, wer hier anschafft. Ach, nicht nur die. Komm, mach pum. Yeah. Guter Alien. Aus dem Schuss. Diese verdammten Drohnen. Ja, wir müssen aber nächstes Mal wieder unsere Frachträume leer machen. Alles klar. Megaschmerz bin ich wieder. Und alle mal den Shade fertig machen. Bitte. Ich meinte, es wäre gut, wenn wir den mal kapern könnten, aber... Sicherheit geht vor, meine lieben Leutchens. Sicherheit geht vor. Den Shade bitte wegschmeißen. Zurück zum Mutterchef, Schwein. Hab ihn. Ich geh rein. Feuer frei.